Salvete des Kipoli! Hier ist Juno und ich möchte euch heute eine besondere Funktion des Konjunktivs im Hauptsatz, nämlich den unerfüllbar gedachten Optativ der Gegenwart, näher vorstellen. Als Vorwissen solltet ihr bereits die Konjugation der Verben, also die entsprechenden Bildungen in den verschiedenen Konjugationen im Konjunktiv Imperfekt kennen. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich euch die besondere Funktion des Konjunktivs im Wunschsatz einmal vorstellen. In Punkt 2 folgt die genauere Definition und Bildung des unerfüllbaren Optativs der Gegenwart. In Punkt 3 dann die Negation des Optativs. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.